Was ist die Idee von Hameln? Eine Fanpage auf Facebook. Würdest du die dort zum Einsatz bringen? Die Bilder. Die Bilder würde ich dann auch auf meinen privaten Facebook-Account uploaden und auch auf meiner Fanpage. Du heißt ja B-Boy Kenji. Ich heiße B-Boy Kenji und bin in der Lost Kids Crew. Das heißt Lost Kids Crew ist diese Breakdance-Gruppe, bei der du dann mit engagiert bist und dann auch teilweise auftrittst, so was wie auf dem Hexenball, was ich ja mal erlebt habe? Genau, das war die Hälfte aus meiner Crew. Und ja, die Veranstalterin vom Hexenball hat uns halt kurzfristig gefragt, ob wir Lust hätten und ja, warum nicht. Kann man euch denn überhaupt regelmäßig irgendwie buchen? Wir kommen aus drei verschiedenen Städten, beziehungsweise jetzt vier, weil einer nach Bochum gezogen ist und man kann uns eigentlich regelmäßig buchen, wenn da auch die Zugkosten und alles bezahlt werden, sag ich mal. Nichts ist umsonst. Ja. Gut, ich bedanke mich. Ich hoffe, du hast heute eine Menge Spaß und wir werden sehen, wohin das dann geht und auf dem Cover dann später. Ja, okay.